So, nice! Okay, den haben wir zum Beispiel jetzt weggestompt, da musste man anscheinend schon von ein bisschen höher ankommen. Hey meine Freunde und herzlich willkommen zur Andrew Games Woche Nummer 11 und heute mit 11 Stimmen wieder ganz knapp abgeschlagen. Das Red Stoner Kit, heute spielen wir das Stomper Kit nämlich. Mit 11 Stimmen hat es gewonnen, knapp vor dem Red Stoner Kit. Das Red Stoner Kit schafft es einfach nicht bei mir durchzukommen. Vielleicht ja irgendwann mal beim nächsten Mal oder so. Wir spielen heute Stomper. Was kann das Stomper Kit? Das Stomper Kit hat die Eigenschaft, dass man maximal nur 2 Fallschaden kriegt. Und wenn man auf einen Spieler draufstompt, also drauf springt, dann töte man ihn sofort. So, finde ich jetzt, ja, klingt in erster Linie erstmal sehr stark. Ich habe gerade eben noch eine Fail-Aufnahme gehabt und da hat das Ganze mit dem Stompen nicht so richtig funktioniert, weil einfach, weiß ich nicht. Achso, ich brauche ja keiner Dings. So, ich kriege ja eh nur 2 Fallschaden, dann nehme ich erstmal Diss mit. So, ein Hämchen haben wir. Ich hätte es auch einfach sparen können, aber ich muss mir jetzt erstmal... Okay, hier ist irgendwo ein Wizard am Start. Das ist da. Okay, so, jetzt laufen wir erstmal ein bisschen rum. Wir haben ja schon mal unser Dia-Schwert zusammengebaut. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen Leute stompern können, quasi. Da ist schon mal nichts drin. Ich weiß nicht, ob ich den Typen da vorne kriege. Den haben wir. So, wir müssen mal kurz hier... Ähm, haben wir eine Splash Potion of Healing? Ja, haben wir. Äh, 2, 3, 4... Okay, ich muss mal kurz was essen. So, den ersten händen wir wegrasiert. Äh, da haben wir noch ein paar... Zack, so, okay. Ich nehme mal lieber nochmal einen rein hier. So, wo sind denn jetzt alle hin? Wo ist ja der nächste 24 Blöcke? Ich würde ja gerne mal noch ein bisschen hier auf einen drauf springen, tatsächlich. Okay, ich weiß nicht, wie das mit dem Stompen funktioniert, weil ich bin ja jetzt auf den draufgesprungen. Aber, ähm... Ja, keine Ahnung, wir machen einfach noch eine Runde. So, da sind wir wieder, Runde Nummer 2. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, wie hoch muss ich sein? Und, ähm, muss ich irgendwas drücken, um da drauf zu springen? Ähm, könnt ihr mir, falls ich das jetzt nicht irgendwie, falls ich das nicht, äh, selber klären sollte, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ähm, ich wurde halt schon mal ein paar Mal von Stompern getötet. Und da reicht es zum Beispiel auch, dass er einfach vom, äh, vom Dix gesprungen ist. Also vom Baum auf mich drauf. So, die Dias sind weg. Zack, die nehmen wir mal mit. Okay, wir haben irgendwie zwei Feuerzeuge. Zwei, machen wir noch die zwei. So, dann springen wir hier erstmal runter. Da vorne ist bestimmt noch keiner dran an der Kiste. Wir springen nochmal kurz gegen, verdammt, okay, war schon einer dran. Dann nehmen wir uns erstmal das Holz mit. Äh, und ihr sagt ja immer, ah, macht ihr doch erstmal ein Holzschwert. Gut, dann mach ich mir erstmal ein Holzschwert, Leute, wenn ihr unbedingt wollt. Äh, vor allem kann ich jetzt auch jemanden anzünden, irgendwie zur Not. So, so, zack, zack, zack. Setzen wir kurz die Dings hin. Na, das Ding. Einmal Stick, einmal Holz und ein Schwert haben wir. Und, ja, ich befolge ja auch eure Tipps, wenn ihr mir sagt, ja, macht ihr am Anfang lieber ein Holzschwert. Dann mach ich mir halt mal ein Holzschwert. Äh, wobei ich natürlich eher der Mensch bin, der dann erstmal loszieht und lootet. Wobei das natürlich auch nicht immer aufgeht, ne. Also es gab mal auch schon Runden, wurde ich dann halt einfach direkt wegrasiert. Und dann bin ich einfach nur am Weglaufen gewesen. So, äh, zack. So, wir könnten uns ein Holzschwert anschaden, machen wir natürlich nicht. Denn, was soll ich denn mit einem Holzschwert? So. Nice. Okay, den haben wir zum Beispiel jetzt weggestompt. Da musste man anscheinend schon von ein bisschen höher ankommen. Äh, wo ist der nächste? Der ist weit genug weg. So, jetzt bluffen wir ein bisschen, indem wir hier sagen, oh, guckt mal, ihr könnt uns easy killen. Wir sind nur ein Barbaren-Kit. Okay, eigentlich haben wir, scheißegal, im Prinzip sind wir ein Barbaren-Kit, wenn jemand auf uns zuläuft. Und wir gehen jetzt auch noch mal ein bisschen weiter hier. Hoffen, dass in der Kiste noch niemand dran war. Nein, verdammt! Okay, hier ist nix. Ja, okay. Hier ist leider auch niemand drin. Also, den haben wir auf jeden Fall gut weggestompt gerade. Ba-bam! Und, äh, jo, dann schauen wir doch mal weiter. Vielleicht ist der Faunier, was ist das eine oder andere? Ja, okay, den Speedblock kriegen wir aber. Oder auch nicht. Gut, wir kriegen halt nur maximal zwei Fallschaden, das ist schon mal nicht so verkehrt. Ups, wo ist der nächste? Oh, okay. Schinken, ja gut, okay. Der hat uns natürlich schnell wegrasiert. Wir machen noch eine, bis gleich. So, Runde Nummer drei. Ich muss mir irgendwas anfallen, das ist so, bam, so fancy Effekte. Das ist irgendwie so ein bisschen, yeah, Runde Nummer drei. Feuer, explosion, Michael Bay. Directed by Michael Bay. Und wir schauen jetzt einfach mal, dass wir ein bisschen Ludlack in den Kisten haben. Und ich glaube, ich werde jetzt erstmal einfach davonlaufen, anstatt direkt auf die Kills zu gehen. Ich habe natürlich das ganze sinnlose Zeug erwischt. Und, na komm, die Kartoffeln würde ich schon gerne mitnehmen, so. Und jetzt jumpen wir mal da lang. Zack. Ja gut, okay. Wenn wir schon mal das Holz hier vor der Tür haben, dann nehmen wir das Holz auch gleich mit. Diesmal mache ich mir kein Holzschwert. Ja, es wäre ja natürlich nicht verkehrt, sich eins zu machen. Aber, ja, ich denke jetzt einfach, wenn ich in eine Richtung laufe, da vorne zum Beispiel in der Kiste. Hier sind zwei Diamanten drin. Ich habe es doch im Gefühl. Ich habe es im Gefühl, komm. Und okay, es sind halt Pfeile. Aber, okay. Pfeile sind jetzt auch nicht so verkehrt. Wir gehen weiter, wir gehen weiter. Ich habe jetzt ein paar Switcher. Irgendjemand von euch sagte mir ja auch, oh, nimm doch mal die Schneebälle mit, dann kannst du Leute tauschen. Das weiß ich, was die Schneebälle können. Aber ich nutze es einfach nicht so oft. Hin und wieder rettet es mal einen. Aber, ähm, in erster Linie ist es halt so jetzt für einen Start zum Beispiel, wenn einer in eine Kiste springt oder so. Dann nochmal kurz switchen. Äh, okay, da will ich lieber nicht hin. Da sind die zwei Diamanten, die ich brauche. Äh, schnell. Zack, zack, zack. Okay, komm, 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 komm. Eins, okay, sehr schön. Das Ding haben wir. Ah! Ach, scheiße, Mann. Noch eine. So, und ihr fragt mich vielleicht jetzt, hä, was war denn das für eine Runde, Alter? Warum lässt denn er das drin? Ich finde tatsächlich, es gehört dazu. Und, ähm, es kann ja auch nicht jede Runde tatsächlich so perfekt laufen. Gut, bei mir läuft eigentlich nie eine Runde perfekt. Aber, ähm, ich möchte die einfach vielleicht drin lassen. Einfach weil, äh, ja, weil, weil ist so. Weil die gehört auch dazu. Und, äh, so, jetzt haben wir das geschnappt. Na, komm schon. Sehr schön. So, jetzt jumpen wir da drauf. Okay, und jetzt sind wir mal erstmal weg hier. Zack, zack. Wir jumpen jetzt erstmal hier wie so ein Känguru von Baum zu Baum. Vor allem wie ein Känguru. Ja, es gibt auch Baumkängurus tatsächlich. Ich als Biologe kann euch das, äh, sagen. Lasst euch das gesagt sein. Es gibt tatsächlich auch Baumkängurus, ja. Das sind nicht die großen, an die man immer denkt, wenn man Kängurus sagt. Aber es gibt ja viele verschiedene Känguruarten. Und eins zum Beispiel ist auch das Baumkänguru. Das ist ein bisschen kleiner und kann durch, kann durch von Baum zu Baum springen. Was soll das denn, Kollege? So. Okay, ähm. Wir machen einfach mal was. So, sicher ist sicher. Zack, 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 zick, zick. Okay, hier sind natürlich jetzt schon Leute. Was natürlich auch nicht so geil ist. Ähm, wir müssen jetzt einfach suchen, dass wir jetzt hier irgendwo vielleicht noch... Da oben ist eine Kiste. Da hinten ist auch noch eine Kiste. Da war bestimmt auch noch niemand dran. Ähm, dass wir eigentlich eher erhöht uns aufhalten. Also. Dass wir uns irgendwie ein bisschen erhöht aufhalten, dass wir zur Not auf jemanden drauf latschen können, ne? So wie da jetzt. Oh Gott, kriege ich das hin? Wo sind sie? Da unten, okay. Da mach ich wahrscheinlich kein Damage dran. Okay, den haben wir. Sehr schön geholt. Zack, zack. So, ziehen wir das mal an. Mal auf die zwei. Oh, 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 oh. So, dann gehen wir mal nach da vorne. Der ist irgendwo hier. Oh, shit. Das war... Ja gut, das hat nicht geklappt. Känguru, der war auf einmal ziemlich weit oben. Kann man nichts machen, sonst hätten wir den wahrscheinlich auch noch rumgekriegt. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch. So, und Leute, ähm... Ja, das war jetzt auch keine besonders schöne Runde. Und wenn ihr euch jetzt sagt, äh, das ist Somba-Kip, wenn ihr runterspringt und jemanden tönt, das ist doch nur ein Bonus. Spiel doch einfach normal, wie mit normalen Kits auch. Könnte ich natürlich tun, aber dann wäre ja nichts Besonderes an diesem Video. Und dementsprechend versuche ich natürlich mit einem Kit, was Leute sofort töten können, wenn man auf sie drauf spielt, versuche ich dann natürlich auch dann, ähm, das so auszunutzen, dass ich dann auch, ähm, ja, dass das Kit auch einfach zur Geltung kommt, sage ich mal. Weil, das wäre ja sonst langweilig für euch, wenn ihr auch einfach nun jetzt wieder eine normale Runde sehen würdet, wo ich dann vielleicht, ja, am Ende sogar gewinne oder, ähm, viele schöne Kits mache oder das allgemein eine gute Runde wird, ja. Aber, äh, wo ich dann vom Kit her quasi überhaupt nicht profitiere und das, dann den Stomper spiele wie so ein Barbaren, ja. Ich meine, wenn ihr das sehen wollt, gerne, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, aber, ähm, ich finde, es ist doch interessanter, wenn ich versuche, auch ein bisschen das Kit vorzustellen, indem ich, nein, äh, indem ich auch versuche, die Kit-Fähigkeiten auch etwas herauszustellen und damit versuche, Kits zu machen. Ist ja, ist ja ganz gut möglich bei dem jetzt. Und da oben ist eine Kiste drauf, sehe ich gerade oben links, nee, oben rechts war das, da, wo der Typ jetzt gerade abbaut. Und wir machen uns trotzdem erstmal, erstmal ein Eisenschwert, sicher ist sicher. So. Na, komm. So. Okay, das haben wir. Hab nichts, sagt einer und ich würde sagen, dann versuchen wir den da vorne mal nicht wegzustompen, weil, das schaffe ich nicht. Sondern wir versuchen den Typen da vorne mal wegzurasieren. Okay, und zwar, indem wir uns mit einer Enderperle zu ihm werfen. Wow, was war das denn? Hä, Moment mal. Moment mal. Der hat mich, hat sich instant gedreht und mich gedamaged. Hä, wie heißt der Typ? MG Chess. Wo ist er denn? Leute, ist das, war das ein Hack? Ja, cool, jetzt kommen wir natürlich zu spät. Jetzt kommen wir natürlich zu spät. Den sollten wir uns mal angucken und den gucken wir uns auch mal an. Ansonsten, Leute, mit dem Stomper war keine gute Runde. Ich würde sagen, der Stomper reiht sich in eine Reihe ein oder kommt in eine Reihe, die ich vielleicht nochmal extra in einem Video vorstellen möchte. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht. Wenn ihr tatsächlich enttäuscht seid oder so, dann sagt es mir, dann tut es mir sehr leid, dass dieses Video halt nicht vernünftig war. Ja, ein Stomper-Kit zu machen ist tatsächlich nicht ganz so einfach, finde ich, weil man ja immer von oben irgendwo drauf springen muss. Und so drei Blöcke reicht ja nicht. Also man muss anscheinend schon mindestens Fall Damage kriegen. Ja, ansonsten gibt es unten wieder in der Videobeschreibung eine extra Abstimmung. Stimmt ab bitte für das nächste Kit. Das nächste Mal den Redstoner werde ich wieder dazunehmen, denn der Redstoner ist ja ein Kit, worauf ihr Lust habt. Und keine Ahnung, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, dem Typen zuzugucken. Vielleicht werde ich ihm noch ein bisschen zugucken. Aber ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch an dieser Stelle. Macht's gut, meine Freunde. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.